So, jo meine Freunde, was geht? Wir gucken jetzt von Marvin sein neues Video Influencer werben für mein Fake-Produkt. Ich war ja bei Join, guckt euch das übrigens an. Achtung Aaron, zweite Folgekapper. Ich meinte Werbung. Und ich war da wirklich. Und ja, da haben wir schon einen kleinen Ausschnitt gesehen. Deswegen bin ich mal gespannt, was er hier jetzt hochgeladen hat am Ende. Influencer sind ja die Popstars unserer Zeit. Man könnte sie schon mit Göttern vergleichen, denn sie haben Millionen Fans und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ihre Reichweite ausnutzen, um für Schund Werbung zu machen. Und genau das habe ich ausprobiert. Ich habe für euch auch einen Rabattcode. Einen Rabattcode für Schien. Mit meinem Code für 15% auf alles. 10% Rabatt. Ich habe nämlich bei About You bestellt und mit meinem Code bekommt ihr 11%. Mit dem Gutscheincode ganze 12%. Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und sogar ihre Prinzipien. Digga, auch heftige Frisur, ne? Und deswegen brauche ich ein Produkt, das einfach herzustellen ist und wo man auch ein bisschen schummeln kann. Und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Darf ich vorstellen, Hydrohype. Die Creme für gewissenslose Influencer, die für Geld alles sagen und auch nicht so gut lesen können. Ich habe mir jetzt hier bei Amazon für ungefähr 15,05 Euro so kleine Cremetiegel bestellt. Und dafür habe ich für ungefähr 20 Euro Klebeetiketten bestellt, die einmal gleich um den Tiegel rumgeklebt werden. Und wir haben auch Etiketten vorbereitet, wo drin steht, was in dieser Creme drin ist. Und die ersten Inhaltsstoffe sind tatsächlich wahr. Denn wir müssen natürlich preisgeben, was da drin ist, damit keiner eine Allergie hat und so weiter und so fort. Aber auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut. Und zwar steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Ich glaube, nicht so gut für die Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi-Kacka-Seat-Oil. Das sollte auch in keiner veganen Creme fehlen. Ich sehe natürlich schon wieder alle in die Kommentare schreiben, Hilfe, pack doch da kein Uran rein. Habe ich natürlich nicht. Aus Uran machen wir Bomben und kriegt man sowieso nicht so leicht. Asbest war früher ein mega billiger Baustoff, aber auch krebserregend. Und Pipi-Kacka, das machen die kleinen Kinder in den Topf. Ja, aber was ist denn in der Creme? Nichts Schlimmes. Es ist bio, vegan und Leute machen sich das normalerweise auf dem Körper. Aber der Rest ist Betriebsgeheimnis. Wir haben jetzt hier eine Website vorbereitet, die es wirklich in sich hat. Im Internet... Sagt er noch im Video, was es war? Weil sonst kann ich euch das gerne verraten. Er hat es auch im Video gesagt. Sagt er wahrscheinlich auch noch. Also bei John hat das auch gesagt. Das ist einfach so, ich weiß gar nicht, so künstliches? Ne, so Gleitgel ähnlich. Das ist so Gleitgel quasi, aber was so die Konsistenz von Sperma hat. So Sperma-Gleitgel, sage ich jetzt einfach mal. Alter, das... Vor allem, die haben sich das halt wirklich ins Gesicht geschmiert. Ich meine, ich weiß auf jeden Fall, dass es die Freundin von Simon Desso gemacht hat. Das musst du dir überlegen, Digga. Die klatscht sich Fake-Sperma in die Fresse. Und sagt dann auf Instagram, ja mein Digga, das hat mir wirklich geholfen. Digga, also normalerweise sollte jetzt niemand mehr mit ihr zusammenarbeiten, weil jeder weiß, dass sie einfach scheiße labert, ey. Da gibt es Photoshop-Dateien, die man sich einfach runterladen kann, wo einfach Produkte drauf abgebildet sind, schön dekoriert mit Blumen und tollem Hintergrund und schon einen geilen Filter drauf. Und da kann man einfach seinen Namen, sein Logo, alles einsetzen. Und dann sieht das so aus, als hättest du zehn Produkte auf dem Markt, die gar nicht existieren. Das fängt an mit Augenpflege, Deo, Lippenpflege, Nagelpflege, Duschmus, Poren-Serum und natürlich unsere tolle Skincare, die die Influencer bewerben sollen. Und dieses Foto, das haben wir uns mal runtergeladen, so sieht es aus und haben da einfach mal unser Etikett draufgeklatscht. Boah, sieht ein bisschen gefotoshoppt aus, oder? Ich weiß nicht. Gleiche haben wir auch gemacht mit sogenannten Stock-Fotos. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen von einer Frau mit so einer ähnlichen Crema und haben da auch unser Logo draufgemacht. Die Homepage. Das sieht irgendwie bearbeitet aus, finde ich. Das war ein Klacks. Aber da muss ich natürlich noch für Internetpräsenz sorgen und die Influencer da abholen, wo sie sind. Und das heißt, ein Instagram-Profil hochziehen. Und das durfte natürlich nicht drei Tage alt sein, damit es nicht unauthentisch ist. Und deswegen habe ich wochenlang ein Instagram-Profil hochgezogen. Ich möchte natürlich hier nicht jeden Tag irgendwas posten und kein Interessiertes. Deswegen haben wir Likes gekauft. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben auf jedes Posting so ungefähr zwischen 50 und 100 Likes gekauft, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Und auch die 455 Abonnenten, die wir aktuell haben, die sind auch alle gekauft. Also man weiß es ja mittlerweile von einigen Influencern, dass die sich so vor allem unter Verlosung mal gerne Kommentare kaufen. Da sind dann immer nur ein paar Emojis abgebildet. Aber man kann mittlerweile auch individualisierte Kommentare kaufen. Kein Witz. Wie zum Beispiel Fianna833, wo auch immer der herkommt. Und der hat geschrieben, meine Eltern haben mir das schon aus Italien mitgebracht. Ich liebe das Moos. Elis Kehlen kommt, glaube ich, irgendwo aus Südostasien und schreibt, endlich auch in Deutschland. Ihr war, ihr waren, nirvaren571 aus Vietnam schreibt, letztens im LPG-Biomarkt gefunden und direkt mal ausprobiert. Das sind Testimonien jetzt, die sich jede Marke wünscht. Die Hydrohype-Community ist super. Vor allem in Südostasien. Ich glaube, da habe ich den Markt schon erobert. So, wir brauchen natürlich auch Content für Instagram. Das heißt, ich mache hier jetzt fleißig Storys von einem Biomarkt und die werden dann später über Fake-Accounts gepostet und von Hydrohype einfach repostet. Damit es so ein bisschen aussieht, als ob es schon Kunden gibt, die unsere tolle Creme hier in den Biomärkten kaufen. Ja, vor allem das Geile ist auch, ja, ich sage es auch nicht, Jigga, das sehen wir gleich. Fällig, und jetzt haben wir ein paar Storys und ganz viele neue Kunden für Hydrohype. Nachdem ich vor ein paar Tagen die Storys von Hydrohype vor den Biomärkten gepostet habe, haben diese Biomärkte sogar teilweise reagiert. Denn das Biomarkt zum Beispiel hat unseren Beitrag geliked und Alnatura hat sogar noch einen draufgesetzt, denn die haben uns Sternaugen zurückgeschickt. Ja, Mann. Er hat einfach dieses Produkt in die Regale gepackt von diesen Läden und einige Läden haben dann so geantwortet, also haben dann halt so mit Smilies und so geantwortet, wo ich mir so denke, Digga, dieses Produkt gibt es gar nicht bei euch. Das ist euch schon klar, oder? Entweder hat die Social-Media-Abteilung gar keine Ahnung, was bei denen im Laden so abgeht, oder sie freuen sich einfach sehr, dass Hydrohype dort im Regal steht. Mega gut. Die Biomärkte freuen sich schon auf mein Produkt. Ich sehe schon meinen eigenen Hydrohype-Stand auf der nächsten Glow. Aber Step by Step, jetzt brauche ich erstmal eine Influencerin, die für Hydrohype Werbung macht, damit die, die wir anfragen, nicht die Ersten sein müssen. Ich habe euch doch vor ca. einem Monat gesagt, dass ich eine neue Creme zugeschickt bekommen habe. Das ist die Marke Hydrohype. Die ist so gut, Leute. Ich kann euch nur weiterempfehlen. Ganz ehrlich, danke an Minikuta, dass sie da mitgemacht hat, weil da war Hydrohype noch nicht die Supermarke, die sie heute ist. Aber als nächsten Schritt brauche ich dann noch eine PR-Firma, die mich vertritt. Und die habe ich dann auch erfunden. Mit Website, Mail-Account, Instagram-Account. Krass eigentlich. Ich finde es echt heftig, wie viel Mühe der sich immer dafür gibt. Alter, dafür echt Props. Freepad-Nummer, um die Influencer anzufragen. Willkommen auf der Website von Corcovado Promotions, der Eventagentur, der man alles anvertrauen sollte. Im Hintergrund sind sogar Leute, die im Kino Spaß haben. Wenn das kein Vertrauen weckt, dann weiß ich auch nicht. Und sogar international aktiv. United States of America, Korea, Germany, Austria, Switzerland. Überall sind wir vertreten. Und man sieht sogar die ganzen alten Projekte, die wir angeblich schon gemacht haben. Ganz unten findet man dann sogar einige Kundenbewertungen, denn diese Agentur ist dafür zuständig, im Nachhinein die Influencer anzufragen, weil das macht natürlich nicht Hydrohype selbst. Hier geht es darum, dass wir gerne Instagram-Stories buchen wollen würden bei den Influencern. Für die Kalkulation ist es wichtig zu wissen, wie hoch eure Gage für eine Instagram-Story ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, mit was für Preisen die in die Ecke kommen. Ob wir dann die Ohren schlackern oder ob wir einfach mal zwei, drei Influencer buchen, um unsere tolle Creme... Glaubst du, er hat den Influencern was gezahlt? Er hat auf jeden Fall bei Join gesagt, dass er die tatsächlich bezahlt hat dafür, dass die Werbung gemacht haben. Also ist ein teures Format auf jeden Fall. An den Mann zu bringen. Um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Influencerin wirklich eins zu eins das sagt, was ich ihr vorgebe, habe ich ein Produktbriefing erstellt. Und zwar in Form einer PowerPoint-Präsentation. Einerseits will ich dafür sorgen, dass die Influencerin, aber vor allem ihr Management, denkt, dass es sich hierbei um eine wirkliche Kampagne mit einem echten Produkt handelt. Und andererseits wirkt so ein aufwendiges Briefing einfach wesentlich professioneller. Auf der letzten Seite des Briefings habe ich nochmal einen draufgesetzt und habe ein komplettes Konzept erarbeitet, wie die Influencer denn das Produkt bewerben sollen. Denn sie sollen nicht nur die Anwendung des Produkts zeigen, sondern auch den Anti-Aging-Effekt. Und wie kann man das am besten beweisen? Sie sollen ein Foto vor der Anwendung und nach der Anwendung machen, um zu beweisen, dass diese Creme auch wirklich Wunder wirkt. Der Weg war also geebnet. Die Firma hat den Markt erobert. Die PR-Firma war bereit. Und jetzt mussten wir nur noch die Produkte abfüllen. Das heißt, jetzt wird das Betriebsgeheimnis gelüftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Influencer dafür, dass sie dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass der Vorher-Nachher-Effekt dieser Creme wunderbar ist, dass das super funktioniert. Kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein, sondern dieses Light-Gel in Naturoptik. Also das ist Kunstsperma. Ich habe jetzt die erste Antwort von einer Influencerin bekommen, die wir für Hydro-Hab angefragt haben. Allerdings schreibt sie jetzt, dass sie das Produkt gerne vorher testen möchte. Heißt, es ist halt auf so einer Ebene einfach so dumm, du musst dir echt mal überlegen, also dass das halt ein Troll ist so. Alleine Asbest und Uran. Also du musst dir doch wenigstens mal irgendwie die Inhaltsstoffe oder sonst irgendwas durchlesen oder nicht? Also gut, du musst dir echt mal überlegen, die Leute, also zum Beispiel halt auch die Freunde von Simon Desue, die hat das halt wirklich einfach beworben, ohne sich auch nur ein einziges Mal mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Also wirklich so gar nicht so. Die wurde angeschrieben, die hat gesagt, ja klar mache ich, benutze es einmal und dann macht ihr das und dafür kriegt die dann halt Geld. Also das ist halt, das ist eine Sache, die ich ja nicht verstehe, weil ja, man kann auch mal für Sachen werben, die vielleicht nicht zu 1000% gut sind, aber man sollte ja wenigstens mal lesen, irgendwie was drin ist oder nicht? So, ach Digga, wie kann man so, ich soll ihr das Produkt vorher zuschicken, um dann zu entscheiden, ob sie dafür wirkt oder nicht. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus und schicke ihr unsere Creme mal zu. Ich habe allen Influencern von vornherein immer ein faires Angebot gemacht, in der Hoffnung, dass sie direkt nur aufs Geld schauen und gar nicht gucken, für was für Murks sie im Endeffekt werben. Aber mit so einer einfachen Frage, ob sie das Produkt vorher testen kann, hat sie mich gekriegt. Aber ich habe das Produkt trotzdem hingeschickt, in der Hoffnung, dass es den Test besteht. Und? Bestand? Leider nicht. Ich habe für die Kampagne einen Korb bekommen, aber eigentlich sollte es ja auch genau so sein, dass man die Produkte halt vorher sich anschaut, bevor man dafür Werbung macht. Aber das Gute ist, wir haben zeitgleich die Antwort von einem anderen Management bekommen, von einer Influencern, die sich vorstellen kann, für Hydrohype zu werben. Aber auch sie möchte das Produkt vorher testen. Das heißt, irgendwie gehen gerade alle auf Nummer sicher, um sich nicht reinlegen zu lassen. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück und schicken das Paket nach Dubai. Ich habe ernsthaft eine Zusage bekommen. Ich habe das Paket nach Dubai geschickt, sie hat die Creme getestet und trotzdem möchte sie für Hydrohype werben. Sie sollte natürlich auch sagen, dass in dieser Creme Uran drin ist, damit sie sich halt ein bisschen zum Löffel macht. Aber ich habe das so ein bisschen kaschiert, indem ich halt gesagt habe, Uran, gesteingefiltertes Wasser. Uran ist ein bisschen schwierig, denn bei Atomwaffen A bis Z steht, dass man für eine Uranbombe nur etwas Sprengstoff und zwei Blöcke Uran braucht, um eine Bombe herzustellen. Deswegen habe ich so ein bisschen seriöses Zeug darum herum geschrieben, damit es halt nicht auffällt. Das ist wirklich gepostet. Das ist die Freunde von Simon, das ist wirklich gepostet. Morning, guys. Das ist halt wirklich, also... Ich mache gerade meine Morgenroutine und ich habe gerade die Hydrohype-Gesichtscreme benutzt, diese hier. Für eine Sache muss ich ihr nächster ehrlich loben, sie hat den Content pünktlich abgeliefert, sodass ich vorher schauen konnte, dass sie nichts falsch ausspricht und keine Fehler macht und hat alles on point gepostet. Die letzte Zeit habe ich die Skincare von Hydrohype ausprobiert und ich absolutely liebe diese Gesichtscreme. Schau mal, das ist vorher, ne? Like, look at das vorher-nachereffekt. Das sieht so glowy aus. Das ist super gegenfalten, ne? Ich sehe da ehrlicherweise keinen Unterschied. Kann natürlich sein, dass die eine Gesichtshälfte trocken ist und die andere jetzt glänzt, weil da Gleitgill drauf ist. Aber dafür ist Gleitgill ja auch da, wenn was trocken ist. Fühlt sich super erfrischend an. Digga, du musst dir das wirklich überlegen. Die hat sich einfach Gleitgel ins Gesicht geschmiert und erzählt ihren Followern jetzt, wie gut ihre Haut doch ist und wie schön rein und diese Anti-Aging-Effekte. Digga, ey, das ist... Alter. Ein wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Orangestein gereinigte Wasser. So, da ist es, das Orangestein gereinigte Wasser. Kann auch sein, dass Inissa gar nicht weiß, was Uran ist, aber kann man heutzutage eigentlich auch googeln. Gut, aber ihre Haut strahlt auf jeden Fall jetzt mehr als ihr Handy. I think that's what gives them like this very hydrating feeling. Ja, aber ich meine, das Ding ist sowas wie Uran oder Aspest sollte man kennen. Also ich würde hier sogar nicht mehr die Ausrede gelten lassen. Ja, okay, die wusste nicht, was das ist, weil ganz ehrlich, also das ist halt sau einfaches Allgemeinwissen. Also Uran ist generell halt mega bekannt. Es wird ja auch in Atomkraftwerken und so weiter benutzt. Also das kennt man auf jeden Fall. Und über Aspest hat man auch schon oft genug was gehört, sodass man das auch auf jeden Fall kennen sollte. So, das sagt auf jeden Fall sehr viel über ihr Allgemeinwissen aus. Oder halt ihr nicht vorhandenes Allgemeinwissen. Das sind parabenfrei, silkonfrei, vegan, bio und tiefersobsfrei. Was super wichtig ist. It's like just a natural product. Das Tegel hier ist auch super für unterwegs und es ist generell really good für erfindliche Haut, like I have. Optimal. Sie hat eins zu eins das gesagt, was im Briefing stand, aber nicht so optimal ist, dass sie halt gar nicht hinterfragt hat, was sie da überhaupt sagt. Ist auch erhältlich bei ausgewählten Biomärkten, aber ihr könnt auch hier gerne einfach hochwischen. Außerdem hat sie noch dieses Foto in ihrer Story gepostet, ein Beweis für den... Ja, das habe ich ja auch gesehen. Was hat die da gemacht? Es sieht ja halt wirklich besser aus als vorher, ne? Die hat da glaube ich einfach nur die... die Ehrlichkeit geändert oder so, ne? Oder die das überschminkt oder so? Keine Ahnung, ey. Aber wie... Es ist so dumm, ehrlich. Es ist so dumm. Und da muss ich sagen, sieht man ganz klar, dass sie da irgendwie dran gemogelt hat. Denn so ein Effekt kann Hydro Hype gar nicht hervorrufen. Da ist ja nur Light Gel drin. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil sie da offensichtlich für Geld ihre Zuschauer belügt. Gestern ist die Story von Enissa Bukwitsch online gegangen und daraufhin ist einiges passiert. Zum Beispiel folgt mir jetzt die Schwester von Sami Slimani. Ich zeige euch jetzt auch mal die Textur, die ist mega leicht. Ja, das stimmt. Und es wäre eigentlich mal ein cooler Coup, ihn ranzubekommen. Und am Ende wollte der Manager noch mit mir telefonieren. Und so ein Telefonat, das habe ich noch nie in meinem Leben. Leute, das war der erste Teil von Hydro Hype. Und den nächsten, den könnt ihr schon vorab sehen, nämlich immer donnerstags und samstags auf Join. Da gibt es nämlich eine neue Sendung. Da kann ich jetzt hier Werbung machen. Was soll das denn? Ich darf auch dabei sein. Und dort seht ihr schon den nächsten Teil. Link in der Videobeschreibung. Ja, nice das Video auf jeden Fall, Digga. Kann man so machen. Ich glaube,